Hallo, in diesem kurzen Video wollte ich nochmal etwas zum Stream sagen, der eigentlich am Montag stattfinden sollte. Und zwar musste ich diesen kurzer Hand ausfallen lassen, da unser Hund abgehauen ist und ich wollte ihn lieber suchen als den Stream zu machen. Ich hoffe ihr könnt das verstehen. Inzwischen haben wir ihn zum Glück wieder gefunden. Der Stream findet jetzt übrigens heute Abend um 19 Uhr statt. Es sind noch zwei weitere Gäste mit dazu gekommen und zwar Big Bricks und The Brick Master. Ich hoffe ihr seid heute Abend beim Stream dabei. Es würde mich sehr freuen.